Hier hast du den Segen empfangen. Gehst du mal ein bisschen nach rechts, von mir aus gesehen? Und du auch, Karl? Beug dich mal so richtig über den Tisch. So richtig rüber, komm, zeig deine Qualität. Ja, sehr gut. Ich krieg's nur, da hast du eigentlich. So. Hallo. Das wird live jetzt gar nicht merken. Deswegen lasse ich das unter hier rein abgucken. So. Untertitelung des ZDF, 2020